Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne wieder ein paar Beauty-Neuheiten zeigen und reviewen. Fast alle Produkte sind aus der Drogerie bis auf eins, also es wird ganz spannend, denke ich. Und beantwortet mir doch auch hier noch sehr gerne meine Videofrage in den Kommentaren, da freue ich mich drauf. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit einem ganz neuen brandaktuellen Produkt von Balea. Und zwar ist das ein Produkt aus der Seidenglanz-Reihe, eine 5 in 1 Sprühpflege, die jetzt eben zu dieser Reihe dazu gekommen ist. Sie soll stumpfes Haar pflegen, Glanz in die Haare bringen, einen 230 Grad Hitzeschutz haben und die Haare leichter kämmbar machen. Ihr seht vielleicht schon, die Konsistenz ist etwas milchig. Ich habe sie auf meine handtuchtrockenen Haare aufgetragen, diese Pflege, und fand auch, dass der Sprühnebel sehr angenehm war. Wenn ich den jetzt mal sprühe, seht ihr vielleicht, dass das doch schon recht feucht ist, der Nebel. Aber der ist etwas kompakter, also nicht ganz grob, sondern schon etwas feiner. Alles, was da drauf stand, würde ich sagen, ein bisschen mehr Pflege, ein bisschen mehr Glanz, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit, hat dieses Produkt schon in die Haare gebracht. Ich habe jetzt keinen krassen Effekt beobachten können, aber es hat, denke ich, schon das getan, was es tun soll. Der Duft ist übrigens so ein bisschen blumig, ein bisschen cremig, aber riecht man eher leicht. Was ich auch einen riesigen Pluspunkt tatsächlich finde, ist, dass da auch ein Hitzeschutz drin ist. Das heißt, man kann das Produkt einfach wirklich super vor dem Föhn auch benutzen. Wir machen gleich weiter mit einem weiteren Produkt für die Haare, und zwar aus der Elvital-Reihe. Das Dream Waves Mousse. Mousse. Das ist für langes und gewähltes Haar geeignet, und das, muss ich sagen, habe ich eigentlich vollkommen falsch angewendet. Ich dachte nämlich, man kann die Haare stylen und das Produkt dann so einkneten und als Styling-Creme sozusagen verwenden. Hier hinten steht aber drauf, dass man das Produkt eigentlich auf die nassen Haare aufträgt, das dann einknetet in die Haare, dann föhnt, und dann die Wellen, also die natürlichen Wellen, die das Haar eh schon hat, besser zur Geltung, besser zum Vorschein kommen. Ich habe meine Haare gelockt und das Produkt danach da reingeknetet. Dachte schon so, na, ob das dann überhaupt funktioniert. Aber tatsächlich, also die Locken, die ich jetzt gerade drin habe, habe ich mir vor gut, ich glaube mittlerweile sogar schon mehr als 24 Stunden gemacht. Ich hatte die ja jetzt auch über Nacht so gelassen, habe sie auch wieder ausgekämmt, und trotzdem sind die Locken gerade noch drin. Und das habe ich eher selten tatsächlich. Der Duft ist der Hammer. Also die ganze Reihe riecht ja einfach megamäßig gut. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Duft, der so fast jedem zusagt. Es riecht blumig, es riecht edel, es riecht süßlich. Ich zeige es euch auch mal ganz kurz, da kommt so ein leichter Schaum raus. Ich habe halt sehr wenig Produkt aufgetragen, dadurch, dass man es ja eigentlich in die feuchten Haare, wie gesagt, einarbeiten soll. Aber hat trotzdem wirklich gut funktioniert, hat auch die Haare nicht verklebt oder so. Also von Catrice hat mich aus dieser neuen Hautpflegereihe ein Balsam interessiert. Ich hatte gedacht, dass der fürs Gesicht geeignet ist. Er ist aber sowohl für Haut, Hände, als auch für Lippen geeignet. Da sind jetzt 40% Kokosöl enthalten und das Produkt soll eben pflegen und die Hände, beziehungsweise Haut, Lippen, wie auch immer, geschmeidig machen. Das Produkt hat eigentlich einen ganz angenehmen Duft. Also ich nehme jetzt mal an, dass da kein Parfüm drin ist, weil so riecht es eigentlich nicht. Ist aber super fest. Also die Konsistenz. Ich finde, man muss hier so ewig drin rumrühren, bis man da mal ein bisschen Produkt rausbekommt. Und auch aufgetragen auf den Händen, auf der Haut, finde ich, nimmt man das Produkt kaum warm. Also ich habe auch nochmal nachgelesen, dass es insbesondere für normale Haut, für empfindliche Haut und für Mischhaut geeignet. Ich habe es jetzt immer mal hier auf meine Hände, auf diese kleinen Fingerknöchelchen aufgetragen, weil die gerade etwas rauer sind durch das ganze Händewaschen. Und dafür ist es in Ordnung, weil hier braucht man natürlich auch nicht so viel Produkt für. Irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ein weiteres neues Produkt für die Haut stammt von Jeppodam. Und das ist jetzt das Produkt, was nicht aus der Drogerie ist. Und zwar ist das ein Serum mit Niacinamiden. Wie cool ist das bitte? Probiotika sind da auch drin und das Serum soll vor allem die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, soll aber auch vorzeitige Hautalterung vorbeugen und die Haut eben so ein bisschen geschmeidiger machen. Soll tatsächlich auch gegen Unreinheiten helfen, soll das Gesicht so ein bisschen mattieren und ebenmäßiger machen. Man kann es natürlich morgens und abends auftragen. Ich habe das Produkt jetzt immer morgens vor meiner Feuchtigkeitspflege aufgetragen, dadurch, dass es wirklich sehr, sehr schnell in die Haut einzieht, wie ich finde. So soll es ja auch gedacht sein, ein Serum. Ein Serum wird ja viel schneller von der Haut aufgenommen. Man merkt schon, dass da Feuchtigkeit drin ist, aber wie gesagt, die wird eben sehr schnell eingesogen. Und das Produkt ist auch flüssig, aber eher zähflüssig, würde ich sagen. Also man kann es sehr gut einarbeiten in die Haut. Das ist auch wieder in einem Glasflakon gehalten und Jeppoda ist ja die K-Beauty-Marke, von der ich euch jetzt schon des Öfteren erzählt habe, weil ich ja gerade den Reinigungsschaum und den Make-Up-Balsam so super genial finde. Und man nimmt natürlich auch gleich so einen kleinen erfrischenden Effekt wahr. Das Produkt muss man aber natürlich über mehrere Wochen dann auch auftragen, auch regelmäßig, damit man dann auch diesen Anti-Unreinheiten-Effekt und einfach ein ebenmäßigeres Hautbild sieht. Aktuell ist auch noch mein 30%-Rabatt-Code gültig. Gut, der Valentinstag ist ja zwar rum, aber man kann sich natürlich auch selber einfach eine Freude machen. Den Link und den Code dazu findet ihr in der Infobox. Weiter machen wir mit zwei Augenbrauenstiften von Maybelline. Das sind beides die gleichen Augenbrauenstifte. Ich habe die zugeschickt bekommen von Maybelline zum Testen. Das waren PR-Samples und zwar habe ich hier die Farbe Blond, glaube ich, 02. Und das hier ist die Farbe 06. Die Farbe Blond trage ich gerade auf meinen Augenbrauen. Und das ist ja ein Augenbrauenstift, der vor allem so einen 36 Stunden Halt haben soll. Der soll wasserfest sein. Ich finde, dass die Augenbrauen damit auch irgendwie ganz gut fixiert werden. Also der Stift ist sehr, sehr wachsig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Spitze doch ziemlich breit ist. Also man kann das Produkt nicht ganz präzise auftragen, beziehungsweise ist da einfach nur ruhige Hand erforderlich. Mit dem Bürstchen kann man dann das Produkt nochmal richtig schön verblenden. Ich würde sagen, die Farbe Blond ist mir ganz bisschen zu kühl, aber ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Jetzt habe ich aber noch etwas mit euch vor, denn dieses Produkt habe ich jetzt zweimal benutzt und die Spitze ist aufgebraucht, wie ihr seht. So, ich habe die ganze Zeit versucht, daran rumzudrehen. Habe gedacht, man muss dieses Produkt doch irgendwie weiterverwenden können. Habe dann auf DM schon gelesen bei den Rezensionen irgendwie, dass da ganz viele geschrieben haben, dass das halt nach vier Anwendungen nicht mehr brauchbar ist und nutzlos ist. Und dann habe ich aber zwei Kommentare gefunden, in denen stand, dass man das Produkt anspitzen kann. Es würde mich tatsächlich ein bisschen erstaunen, weil das Produkt sich eigentlich nicht so anfühlt, als wäre es zum Anspitzen da. Aber wir versuchen es. Okay, scheint auch zu funktionieren. Ja, doch, es sieht so aus tatsächlich. Das ist natürlich praktisch, obwohl ich Anspitzaugenbrauenstifte immer nicht ganz so gern habe, wie diese zum Rausdrehen. Aber ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Bei mir zumindest hat es wirklich den ganzen Tag über gehalten. Ich habe es auch richtig schwer abschminken können, weil es so wasserfest eben noch ist. Finde ich bisher aber wirklich gelungen. Und jetzt kurz zwischendurch, für alle, die noch dran sind. Ihr habt Glück, ich habe nämlich für euch ein kleines Paket zusammengestellt. Ich verschenke ja doch auf Instagram immer mal regelmäßig etwas, aber hier kommt ihr mir doch manchmal etwas zu kurz. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache hier so ein kleines verstecktes Gewinnspiel in dieses Video mit rein. Um mitzumachen, solltet ihr deswegen ein Abonnent meines Channels sein. Ihr solltet dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ihr solltet einen Kommentar verfassen, indem ihr einfach die Videofrage beantwortet und dahinter ein Glückskleeblatt setzt, damit ich weiß, dass ihr das Gewinnspiel entdeckt habt und mitmachen möchtet. Ein weiteres Produkt für die Haare ist dann noch das hier, auch aus der Dreamlinks-Reihe von Elvital. Ich finde die Reihe ja einfach schon so gut, beziehungsweise mag ich diese Antisplissmilch da draus ja sehr, sehr gerne. Hab die jetzt auch, glaube ich, schon zum dritten Mal aufgebraucht. Das ist jetzt das Hitzeschutzspray. In allen Produkten sind übrigens Vitamine und Rizinusöl drin und das ist auch ein Leaf-In-Produkt. Auch dieses Produkt habe ich einfach vor dem Föhnen aufgetragen. Ich zeige euch auch hier mal den Sprühnebel. Also auch der ist etwas kompakter. Das Produkt riecht es auch so super gut, wirklich. Auch dieses Produkt, denke ich, tut das, was es soll und schützt die Haare vor Hitze. Das kann ich natürlich nicht so ganz beurteilen. Und auch bei diesem Produkt ist der Duft in den Haaren super lange wahrnehmbar. Ja, diesen Lipgloss von Catrice möchte ich euch auch noch gerne zeigen. Das ist der Volumizing Lip Booster in der Farbe 140. Das ist eine neue Farbe, beziehungsweise noch eine recht neue Farbe, die ich einfach mal testen wollte, weil ich von Catrice eigentlich Lipglosse immer sehr gerne mag. Ich finde, er riecht ziemlich stark nach Menthol irgendwie und soll, glaube ich, auch die Lippen wieder so ein bisschen aufplustern. Ist super farbstark. Leider sind die Catrice-Produkte immer etwas schwer auf den Lippen. Also entweder muss man aufpassen, dass man eben nicht zu viel Produkt aufträgt und nur einmal schichtet oder man muss sich eben ein bisschen an das Tragegefühl gewöhnen. Diesen aufplusternenden Effekt, wie gesagt, merke ich persönlich immer nicht so. Aber ja, ansonsten hat er wirklich eine schöne Farbstärke und einen schönen Gloss-Effekt. Und wo wir schon dabei sind, zeige ich euch auch gleich noch diese beiden neuen Lipglosse. Die Lifter-Glosse von Maybelline. Auch die waren nämlich in dem PR-Paket enthalten. Und den einen davon habe ich ja mit euch schon auf Instagram getestet. Das ist die Farbe 003 gewesen. Den trage ich auch gerade auf meinen Lippen. Und ich finde vom Tragegefühl her sind die deutlich angenehmer, deutlich leichter auf den Lippen als der Lipgloss von Catrice. Der Lipgloss von Catrice ist aber natürlich auch deutlich günstiger. In den Lifter-Glossen sind, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch in allen Produkten ganz, ganz leichte Glitzer-Gold-Partikel. In der Farbe 005, die ich hier auch noch habe, ist dieser Glitzer-Anteil eher etwas geringer. Aber dafür ist die Farbe stärker. Also auch hier ist die Pigmentierung wie bei dem Catrice-Lipgloss einfach sehr hoch. Auch diese Produkte sollen so aufpolsternde Effekte haben. Auch hier kann ich nichts wirklich dazu sagen. Die riechen auch beide richtig gut. Also die riechen eher blumig-süßlich. Und das mag ich ja persönlich einfach immer gerne. Die enthalten auch Hyaluronsäure. Und wie gesagt, finde ich, sehen auch toll aus auf den Lippen. So, und dann habe ich tatsächlich noch ein weiteres Produkt für die Haare. Diesmal allerdings ein Shampoo. Ein festes Shampoo von Goul. Das soll vor allem Volumen in die Haare bringen und blauen Lotus enthalten. Der Duft von dem Produkt kommt schon durch die Verpackung durch. Auch nachdem man damit die Haare gewaschen hat, nimmt man diesen Duft im ganzen Badezimmer irgendwie wahr. Ich habe das Produkt, wie gesagt, schon benutzt. Aber es sieht gar nicht so aus, als hätte ich es benutzt. Ich gehe damit immer einfach so über den Ansatz drüber. Also auf meinen nassen Ansatz natürlich. Und die Produkte schäumen wirklich super gut auf. So viel braucht man auch gar nicht davon. Also wenn man das Produkt dann so ein bisschen auf dem Ansatz einmassiert hat, kann man es wegtun und dann mit den Haaren einfach, äh, mit den Haaren, mit den Händen, das Produkt einfach weiter einmassieren und ein bisschen aufschäumen lassen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir für mehr Volumen gesorgt hat. Ich habe es, glaube ich, aber auch erst ein- oder zweimal benutzt. Also vielleicht ist das eher ein Langzeiteffekt. Aber es hat die Haare auf jeden Fall frisch gemacht. Es hat sie gereinigt. Man hatte auch dieses Sauberkeitsgefühl danach. Und deshalb ist das auch ein weiteres festes Shampoo, was mich wirklich überzeugen konnte. So meine Lieben, und das war es dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.